Karland Kümmel, das ist er. Ist das der richtige Kümmel für Dich? Das verrate ich Dir in den nächsten 60 Sekunden. Ich bin da Rum-Schnacker-Falldrehlich und heute mal nicht Rum-Gin oder Whisky am Start, sondern einen Kümmel aus Mecklenburg-Vorpommern, Klein-Kussewitz. Wir haben hier einen außergewöhnlichen Kümmel. Du hast hier einen schönen Kümmelgeschmack, du hast hier Zitrusnoten, die da durchstoßen und irgendwie Anis mit dabei. In einer wunderbaren Verpackung. Das Ding ist richtig geil, als Digestiv wunderbar gemacht. Ganz leicht gesüßt, sodass eine wunderbare Harmonie der Aromen entsteht. Viel Vergnügen, lass ein Leib da.